Dieses Video soll zeigen, wie man bei Yahoo seinen Account löschen kann. Dazu geht man hier auf diesen Link, den ich hier offen habe, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und da scrollt man ein bisschen runter, nachdem man die ganzen Warnungen gelesen hat, und klickt hier zum Löschen des Accounts. Da wird der gesamte Yahoo-Account gelöscht. Dann kann man sich einloggen in seinen Account. Und dann muss man hier nochmal durchlesen, folgende Informationen. Also das ist wichtig, falls ihr zum Beispiel Premium-Dienste genutzt habt, also bezahlt habt. Falls nicht, einfach hier nach unten das Capture eingeben. Da unten natürlich, da oben ist das Passwort. Z. Soll das ein kleines Z sein? Naja, mal schauen. Also ja, dann hier auf Account jetzt löschen. Hoffen wir mal, dass das Capture gestimmt hat. Und ja, also der Account wird dann deaktiviert und demnächst gelöscht. 90 Tage soll das angeblich dauern. Gut, okay. Und so schnell ist bei Yahoo der Account gelöscht. Und dann nochmal, also der Account steht. Teil 2. Tschüss.